Wir sind das Museum 4.0 Team des Senckenberg-Museums für Nötukunde Görlitz. Im Teilprojekt Forschung in Museen erklären, verstehen, mitmachen, haben wir vielfältige Ergebnisse erzielt. Zum Beispiel haben wir unzugängliche Lebensräume für Besucher und Besucherinnen hautnah erlebbar gemacht. Einer dieser Lebensräume, die man sonst nicht erleben kann, ist der Boden. Wir forschen in Görlitz zum Thema Boden und präsentieren das Thema auch in einer internationalen Wanderausstellung. Und zu dieser Wanderausstellung gehört eine Virtual Reality-Animation, Abenteuer Bodenleben, wo man hautnah, selber geschrumpft auf die Größe einer Assel, Bodentiere erleben kann. Und zwar in den Spaltenräumen des Bodens, wo man sonst nicht eindringen kann, weil wir von der Körpergröße nicht reinpassen, oder im Laubstreu. Die Nachnutzung dieser VR jenseits der Ausstellung ist uns sehr wichtig. So haben wir sie 26 Mal auf unterschiedlichen Veranstaltungen, unter anderem auf Wissenschaftstagen und Messen, zeigen können. Nicht erlebbar sind auch historische Lebensräume. Deshalb haben wir im Neiseflug durch Zweiertausende verschiedene Gebiete in und um Görlitz entlang der Neise zu vier verschiedenen Zeiten für die Besucher erlebbar gemacht. Das Besondere dabei, wir wollten nicht nur die landschaftlichen Veränderungen zeigen, sondern auch die kulturhistorischen und haben von Anfang an mit den Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur sehr eng zusammengearbeitet. Der Neiseflug ist daher nicht nur bei uns, sondern auch in den Ausstellungen der Görlitzer Sammlungen zu sehen. Die Ausstellungen unseres Museums sind sprichwörtlich nur die sichtbare Spitze des Eisbergs. Mit einer multimedialen Rauminstallation, dem Datarama, ermöglichen wir den Blick hinter die Kulissen unseres Forschungsmuseums. Hier können die BesucherInnen in unseren wissenschaftlichen Sammlungen stöbern und schauen den MuseumsmitarbeiterInnen bei ihrer Arbeit wie etwa der Präparation über die Schulter. Auch lernen Sie hier die WissenschaftlerInnen und ihre aktuellen Forschungsprojekte kennen. Mitmachen bei der Forschung im Museum, das geht mit dem Portal Bodentierhoch 4. Das Citizen Science Projekt bietet eine Website und App zum Erleben, Erkennen, Erfassen, Erforschen von Bodentieren. Unabhängig von ihren Vorkenntnissen erhalten die Nutzer und NutzerInnen über Bodentierhoch 4 interessante Informationen zu einheimischen Bodentiergruppen. Mit dem reichbebilderten und interaktiven Bestimmungsschlüssel gelangen auch Laien schnell zu einem Ergebnis. Nach erfolgreicher Bestimmung können die Funde über das Portal an eine Forschungsdatenbank übermittelt werden. Ein einfacher Schritt, für alle aktiv an der Forschung von Bodentieren mitzuwirken. Forschung ist spannend und wir möchten unsere Ergebnisse auch emotional vermitteln. Und dafür brauchen wir die digitalen Medien.